Hallo und liebes Video Tagebuch, hier live aus dem Taxi am Weg zum London Eye. Wir kommen gerade aus dem Madame Tessau. Ja, jetzt nicht so aufregend, war recht nett, aber einmal anschauen lohnt sich schon. Ja, Michael, was sagst du zu diesem Tag heute? Ja, danke Dominik. Wir befinden uns jetzt wie gesagt im Taxi zum London Eye. Madame Tessau, Christian haben wir gesehen. Wir wollten eigentlich gar nicht. Tausende Leute, wenn du kurz rüber schwenkst noch auf die Schlange. The Snake is here very long. Oh my goodness. The Snake is never ending. Jetzt kommen wir dann zum London Eye. Wird sehr schön, hoher Aussichtsfaktor. Wir melden uns dann dort live wieder aus der Gondel zurück ins Studio. Ich habe Angst, dass mich da so attackiert. Jetzt geh hin. Nein, geh du hin. Das ist auch noch fricking dran. Das ist ein frickinges Bierlöf. Hey! Hey! Du! Jetzt geh hin. Thea! Warte, kluck's her! Komm her! Hey! Regen ist wieder. Du musst dich runter bücken. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zum Videotagebuch-Spezial zum Tag 2 hier in London. Heute waren sehr viele Sehenswürdigkeiten am Plan. Dominik, erzähl uns etwas über die Sehenswürdigkeiten, die wir heute gesehen haben. Ja, wie im ersten Videotagebuch von heute berichtet, war am ersten Punkt das Madame Tussauds. Als zweites, wie wir am Anfang des Videos sehen konnten, das London Eye. Was wir aber dann schließlich nur von außen sehen konnten. Ja, Dominik, da war sehr viel los, gell? Ja, Michael, aber darauf wollen wir jetzt nicht mehr eingehen, das würde zu lange dauern für unseren Videotagebuch. Ja, und jetzt, last but not least, nach einer Sightseeing-Tour durch London kommt noch unsere London Dungeon Show dran, Michael. Ja, London Dungeon, wir sprechen uns sehr viel davon. Buckingham Palace war sehr schön und Victoria's Secret Shop ein Wahnsinn wahrscheinlich. Ja, das Geheimnis von der Victoria, allseits bekannt. Im Hintergrund noch wunderschön beleuchtet, der Big Ben, André. André, ein paar Worte für unser Videotagebuch? Nein, keine Worte. Dann Michael, wir melden uns dann später noch einmal zu einer Abendrevue. Und zurück ins Studio nach Wien. Gute Nacht. Guten Abend, lebes Videotagebuch. Jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir zu Hause angekommen sind. War ein sehr anstrengender Tag. Wir sind alle extrem müde. Der André ist auch wieder einmal dabei im Videotagebuch. Ja, jetzt heißt es für alle noch zusammenpacken, ein bisschen was essen, duschen und dann noch eine ruhige Nacht haben, bevor es morgen, am Abend, ab und nach Hause geht. Michael. Danke, Dominik. Ja, wir sind eben wieder zu Hause angekommen, haben dann noch die Tower und die Tower Bridge besichtigt, kurz. Sind jetzt alle sehr, sehr müde und werden dann kürze zu Bett gehen vermutlich oder auch nicht. Morgen letzter Tag London. Die restlichen Sachen noch einkaufen. Sehenswürdigkeiten schon ziemlich alle besichtigt. London Dungeon, kleiner Tipp, eher nicht so der Burner. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und toi, toi, toi. Goethe. Goethe.